So, hier ist wieder der Hildewand mit Mädchen dran. So, wollen wir mal gucken. So, das erste Video, hab ja noch, ich hab ja ein Video gemacht noch, das ladet noch. Das kommt aber gleich. Das ist der zweite jetzt. So, ich hab mir mal überlegt, ich werd mal was singen. Billy hat mir irgendwas geschrieben. Hier, guck mal. Mir wird geschrieben, muss ich gucken. Mal gucken, ob ich das kann. Da hab ich mein Mikro. So, wollen wir erstmal noch mal was trinken. So, oder jeder war beim Bett dran, ja? So. So, beim Zucker vermissen, ne? Ja. So, wollen wir gucken. Ohne Musik. So, ist alles live hier? So, machen wir mal so, machen wir mal los, so. So, dann wollen wir anfangen, ne? Das sind circa, so, so, drei, drei, oh ja, vielleicht mal vier. So, wollen wir gucken. So. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Ja, ja, hat einen schönen, schönen Bändchen dran. Ja, Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Alle Fans sagen, wann, wann kommst du denn, wann? Ja, ja. Mit Musik hört sich das noch natürlich ein bisschen besser, oder? Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Ja, ja. So, weiter. Ich fahr zu Billi und mach Kilikilli. Die Fahrt, die Fahrt war wirklich lang. Ich bin sehr schön schlank und rank. Ja, ja. Ich bin Opa Hildemann. Bin Opa Hildemann. Bin Opa Hildemann mit einem Bändchen dran. Bumm. Ja, ja. Dann geht's wieder von vorne los, ne? Opa Hildemann. Ja, ja. Das sind drei, drei Sachen. Ja, ja, ja. Das, mit Musik hört sich das besser an. So, so. Was hat der, was hat der denn da geschrieben? Opa Hildemann. Ja, ja. Da kann ich gar nicht lesen, Billi Moore. Opa Hildemann. Ja, ja. Da muss ich doch gleich noch mal, noch mal machen. Na ja, aber immer gut. Ja, ja. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Ja, ja. Hat einen schönen Bändchen dran. Ja, Opa Hildemann. Ja, Opa Hildemann. Opa Hildemann. Hat einen schönen Bändchen dran. Ja, ja. So. Wollen wir mal wieder machen? Ich komm aus Bayreude. Da sind viele Leute. Ich steig auf der Zugspitze und mache meine Witze. Ja, ja. Ich komm aus Bayreude. Meine Fans sind so treue Leute. Denn ich bin Opa Hildemann mit dem Bändchen dran. Ja, ja. Ich fahr zu Billi und mach Zilli Killi. Die Fahrt war wirklich lang. Ich bin ein schöner Schlank und rank ein Mann. Ja, ja. Ich bin der Opa Hildemann mit Opa Hildemann. Mit Opa Hildemann mit einem Bändchen dran. Ja, ja. So, ja, ja. Dankeschön. Ja, ja. So. So, siehst du noch? Guck mal. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Ja, so. Oh, wieder Lichter machen. Ja, ja. So. 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 Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Ja, ja. Er hat ein schönes Bändchen dran. Opa Hildemann. Opa Hildemann. Opa Hildemann mit einem Bändchen dran. Ja, ja. Opa Hildemann. Ja, ja. So. He, he, he. Ja, ja. Ein paar Wietchen machen. Ja, wie ein Opa Hildemann mit einem Bändchen dran. Ja. Guck mal da. Schönes Wetterle. Ja. Schön bebeugt. Ja. Ja, ist alles live hier. Opa Hildemann mit einem Bändchen dran. So. Ich trink auf euch. Opa Hildemann mit einem Bändchen dran. Ja. Auf meine Fans. Ja. So. 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 Dann hoffe ich, dass die, die erste Folge bald fertig ist. Ne. Denn ich muss das ja von dem Handy aus dem Laptop machen von Billy Boy, weißt. Ja. Und da muss er das doch bearbeiten. Ne. Aber das dauert immer zu lange, weißt. Ja, ja. Soll's ja machen, ne. So. Dann sag ich mal bis gleich. Euer Ledermann. Bändchen dran. Ja. Auf.